Ah, ja. So, Pamp, wo könnte die hergestellt werden? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Da natürlich auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Killingen, jetzt stellt die Desor-Pamp her. Okay. Ach, und jemand stellt die auch her. Okay. Ah, aus Klee wird die gebrannt. Okay, gut zu wissen. Earthware Desor-Pamp, okay. Oh, wir haben wieder ein Kind geboren. So, dann müssen wir warten, bis die Desor-Pamp gebracht wurde. Aber wir haben eine Klick. Folan aus PSG. So, nun stellt sich die Leute auf die Lorenzen zu setzen. So, wo hätte sie sich leider conquistieren können. Wir haben ein kleinerewolfische Holz und weiß, genau. Hmm. Stimmt irgendwas mit unseren Collection Sons nicht? Hm. Aber Sand dürfte gehen, oder? Ja, Collect Sand geht. Hm. Ja, Collect Sand. Und mein Hausmeister wird irgendwie auch nicht schaffen, oder? Ja. Hm. Haben wir wieder mal keine Buckets mehr zur Verfügung? Nö, da sind genug Buckets. Okay, wir können jetzt allerdings... Also erstmal gucken, ob wir jetzt eine Tesor herstellen können. Ja. So, und in der Zwischenzeit... Dann ziehen wir hier unsere Stühle. So. So. Und unsere Türen. Und sagen wir mal, hier soll... ...leergeräumt werden... ...dass wir hier alles... ...moven können. Hm. Hm. Gut, dann beginnen wir hier mal mit dem Channeln. So. So. Immer z... ...zwei. Zwei. Was wir eh noch nicht machen können, weil die Goblins noch da draußen sind. Die wollen ja auch nicht wirklich verschwinden. Hm. Oh, wir brauchen eine Traction Bench. Hm. Eine Traction Bench... ...soll hergestellt werden. Ja. 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 Wir haben auch Charcoal. Ja. 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 ... Ja. 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 Nein. Okay, dann werde ich jetzt erst einmal... Nee, keine Meeting Area, sondern... Ein Office werde ich draus machen, dann... Und das werde ich... Äh... Einen non-specific Tempel draus machen. So... 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 Instrumentenspieler werde ich da noch hinzufügen. Der Tempelkomplex ist sehr viel wert. Das heißt, ich gehe hier hin. Machen Rockkoffer noch. So können wir wenigstens die ganzen Musikinstrumente, die wir haben, desto... So... Okay, jetzt könnten wir mal langsam eine Traction Bench aufstellen. Die muss ich nur noch finden. Ne, ist hier kein Trade Depot. Die wird nicht hier sein. Traction Bench. Ah. Okay, irgendjemand kümmert sich um die Traction Bench. Der Koffer scheint fertig zu sein. Ja, da ist er auch schon. Dann platzieren wir den mal hier. So, dann will ich wenigstens noch sehen, dass unser Tempel seine Arbeit aufnimmt. Vielen Dank. Ah ja, ich denke mal einen Tempel zu haben ist schon mal gut. Wieder für die Seele. Wieder sagt mir, dass die Traction Bench endlich fertig ist. Nein, das sehen wir noch nicht. Doch, die müsste fertig sein. Ich sehe sie noch hier nirgends. Äh? Das finde ich jetzt merkwürdig. Ah ne, die ist noch nicht fertig. 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 Das wird einfach abgebrochen ohne einen Grund. Ah ne, die ist noch nicht fertig. Ah ne, die ist noch nicht fertig. Und dann gucken wir dann an. Das wird mal wieder Zeit zu speichern. Also, save and return to title. Und dann gucken wir das nächste Mal, warum wir keine Traction Bench bauen können. Also, bis gleich. Achtung. 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 Vielen Dank.